um 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 Willkommen zurückzuschreißen 2 ich hab's lange nicht mehr gespielt und jetzt wird es richtig lustig ich muss erstmal auf meinen Platz, das ist das nächste Ah, lass uns losgehen Okay Thema, kann ich mal... Thema, Thema Ah, bald ähm, Geburtstag What the fuck Ja, ich... bald Geburtstag und ja, da kommen wir auch da... bald die neuen Projekte Dann werden wir jetzt sehen, wie's dann abläuft dann später oder die nächsten Projekte Ah, scheiße, dann hab ich den jetzt leider nicht der beste, aber es ist mir Bums Ah, ich verschwinde Munition an den Wichser Klar, komm schon ey, der trifft mich... okay, der ist oben Ja, das ist jetzt nicht so zweideutig jetzt gerade angehört, aber egal Was soll denn die Geißen abfordern? Ich glaub das war der Typ, oder? Ja, ich kann mal nachschauen dann Ja, komm schon, der hässliche Camper Was hab ich denn jetzt für zweite Waffe überhaupt? Weiß ich gar nicht Ist auch ne Granate Okay Okay, die Shotgun, also die Marshal Hm, na, der Typ ist weg Ja, komm schon, wo war denn der jetzt halt? Und, wo war er? Mach ich mal die Tür, oder nicht? Ach Sowieso unlogisch der Scheiß, aber lassen wir's Äh, und? Nichts getroffen Wird's auch momentan noch voll lustig, wie's bei Aliens vs. Predator Also, wie gesagt, ich find's irgendwie schon lustig, wie's bei Aliens vs. Predator zurzeit läuft Das ist irgendwie live zu erleben, ist schon lustig, auch nochmal die Aufnahmen nochmal anzuschauen, das ist doch lustig, irgendwie auch Ja, es gibt schon so lustige Momente da drin, aber naja, ich versuch, ähm, ihm allein kommentieren, zeig ich jetzt einmal, auch ein bisschen unterhaltlich zu sein Ich weiß ja noch nicht, wie ich euch unterhalten soll, oder welche Art in den aggressiven... oder in den... schießten Höhne vollfusten Hä? Wie ist denn das passiert? Wie ist denn das passiert? Okay... Ahja... Oh... Habe ich ihn geworfen? Au! Höh-höh-höh-höh-oh, scheiße Ich glaub, die lacher sich noch nicht so beschissen angehört, das ist von mir aus Ich hab so beschissen angehört, aber lassen wir's Jaja also unsere, ich sag mal, meine und seine Sprüche von Frosty der, sag ich, momentan mal einzigste ja, sag ich mal Mitkollege, der mit aufnimmt möchte ich auch, dass wir mal andere Let's Player oder ja, Let's Player oder keine Ahnung, Commentaries oder die Commentaries machen so in meinen, sag ich mal, in meinen in meinen Rang halt, sag ich mal von der Berühmtheit her ja, so in meinen Rang halt ein bisschen so kennenlernen, vielleicht auch mit denen aufnehmen dass ich so mehr Kontakte habe, kann man sagen Weiß ich nicht, womit ich mich aufnehmen soll ob dir vielleicht einen kennt, das wäre auch richtig super der momentan auch einen nirgends sucht, für Xbox wäre auch richtig geil weil ich mich eigentlich schon relativ so richtig freuen sogar das wäre eigentlich auch mal so eine schöne Bitter euch mal irgendjemand auch mal zu finden, der auch so ja, okay, gibt ja viele, die Let's Player machen, aber die momentan auch so einen Together-Typen suchen, ne, egal ooooh, 360 mein Backbitch ist, au alter hätte er mich erwischt ja, bei dem Typen versteht man sowas von, wenn man diesen äh, Dingswumps drin ist, was ich auch nie verstehe ok ok aber, mhm das wäre schon eine geile Idee, mal mit mal anderen Leuten mal was aufzunehmen das wäre eigentlich schon mal eine geile Sache wow wow, wow, verdammt ja, scheiße, ich wollte eigentlich eine andere Waffe mitnehmen als nicht die Shotgun, aber es war leider zu spät mit den Sekunden, äh, Sekunden hätte ich eigentlich diese, ähm, wie heißt die eine Waffe ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich nenn sie Elektro-Putzler ja, komm schon komm doch mit so einem Scheißdreck da komm doch gleich mit Scheißdreck komm doch gleich mit Scheißdreck notwendig glaub ich k 분� spannend ja um auf mail er u ne Na, wo ist denn der Zinn? Ich will den jetzt umbringen. Ob ist der? Ich hab ein Geschenk. Nö. Ich bekomme so ein grüner Strahl fast in die Fresse. Was ist denn so wieder? Ich versteh, was ist eigentlich das da für ein Problem? Ich versteh das nicht. Also, ich versteh nicht. Ist da jetzt grad ein Fehler in der Sitzung oder... Keine Ahnung, was da passiert, aber... Naja. Ich werd's eigentlich schon ein bisschen verwirrt, aber... Ist mir egal, Jesus ist online. Geil. Jo. Was jetzt? Geht's weiter? Oh, es geht weiter. Keine Ahnung, was da jetzt war. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Er wird dieses Alien-Kraftwerke an Antioch. Yo suck man. Ja, jetzt hätt ich eigentlich gegeben, was da schreien können. Naja. Leider nicht gemacht. Äh. Ich hab den Fetter eigentlich gesehen. Den hol ich mir jetzt. Oder... Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. die Götter der Ziele ja ja und ihr wisst ja von meinem Info-Video hier was bald nächste Woche ja nächste Woche alles neu kommt weiter den Hälschluss in die Fresse schießen können weiß er wie er schon Rambo-Typ ohne Witz aber naja schade und es ist vorbei hat jemand den letzten Kill gemacht? auch Mann naja lassen wir es mal ja ich glaub das war es mal wieder für ne Runde, ey das ist viel herausgegangen 8 zu 13 Scheiß, das war echt kacke der Oberste war echt gut ja ich denk mal ähm das war's wieder mal wieder von Scrysus 2 und ich denk mal vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal bei einem Video ich muss mir noch einen Abspann und dann noch richtig gut überlegen aber lassen wir es ok aber trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und hau da rein jetzt bis zum nächsten Mal bei einem und dann bis zum nächsten Mal bei einem und dann bis zum nächsten Mal bei einem